Heute sprechen wir mal über die sieben häufigsten Gründe, warum deine Improvisationen dich häufig überfordern. Grund Nummer eins. Du willst einfach zu viel auf einmal. Du willst die Harmonien vom Blatt lesen können. Du willst die Struktur verstehen. Du willst gleich im Endtempo drauf los improvisieren. Du willst eine tolle Dramaturgie in deiner Improvisation. Du willst immer genau wissen, wo du bist. Du willst aufregendes Tonmaterial verwenden. Und das Ganze soll auch noch samtig, weich und emotional klingen. Das ist zu viel auf einmal. Das ist ein ganz häufiger Grund, dass wir uns einfach völlig überladen, wenn wir improvisieren, statt Schritt für Schritt erstmal Parameter für Parameter zu erarbeiten. Grund Nummer zwei. Du improvisierst einfach drauf los, obwohl du noch überhaupt nicht verstanden hast, wie die Form deines Stückes aufgebaut ist. Du weißt vielleicht noch gar nicht, was da harmonisch los ist, geschweige denn, welche Töne in den einzelnen Harmonien vorkommen oder welches Tonmaterial an den Stellen passt. Wenn man einfach so drauf los spielt, dann ist es natürlich klar, dass Überforderung angesagt ist. Das heißt, nimm dir Zeit und nimm dein Material erstmal auch intellektuell ein bisschen auseinander. Grund Nummer drei. Du weißt nicht, welches Tonmaterial passt. Du denkst vielleicht, ja so ungefähr weiß ich es und probierst einfach mal, aber natürlich führt das zur Überforderung, wenn das nur so ein ungefähres Wissen ist. Das führt uns gleich zu Grund Nummer vier. Du weißt vielleicht genau, welches Tonmaterial passt, aber du hast es gar nicht in deinen Fingern. Grund Nummer fünf ist auch ein sehr häufiger Grund. Du übst einfach permanent in einem zu schnellen Tempo. Nimm Druck raus, such dir ein Wohlfühltempo, ein Tempo, in dem vor allem auch dein Kopf hinterherkommt. Unser sechster Grund, der ist auch sehr häufig, du spielst einfach irgendwas. Du stürzt dich in deiner Improvisation ins kalte Wasser und machst irgendwas. Das ist für viele die Definition vom Improvisieren, aber das ist so, wie wenn du eine Sprache lernst und jetzt bist du plötzlich im Land und du lässt einfach mal alle Wörter gleichzeitig raus. Das ist dann auch kein Satz, den irgendjemand verstehen kann. Da ist keine Geschichte, die du erzählst, sondern alle Wörter sprudeln auf einmal raus. Das funktioniert auch beim Improvisieren nicht. Du brauchst eine Art Dramaturgie, du brauchst vielleicht ein tolles Motiv, prägnante Rhythmen. Irgendetwas muss schon da sein, worüber du musikalisch sprechen möchtest. Und diese Ideen, die entstehen oft gar nicht unbedingt erst in dem Moment, in dem du improvisierst, sondern wochenlang, während du übst und dieses Material entwickelst, deine Sprache quasi erst mal lernst, wie beim Vokabellernen. Grund Nummer sieben. Du probierst immer nur, wie du jetzt schon improvisieren kannst. Kennst du das? Du sagst dir so, heute improvisiere ich wieder und dann spielst du einfach deine Improvisation und übst gar nicht daran, sondern spielst sie einfach und guckst, ah, so ist es heute, ah, heute ist ein blöder Tag. Nochmal gucken, wie ist es in drei Wochen? Ah, heute hatte ich einen guten Tag. Du spielst einfach nur, statt daran zu arbeiten. Dadurch bleibst du in deinem eigenen Sud. Dadurch wirst du nicht vorankommen. Das ist nur ein Gucken, wie ist der Ist-Zustand, aber das bringt dich nicht weiter und führt natürlich auch immer wieder zu Überforderung. Vermutlich findest du dich in dem einen oder anderen Grund wieder, sonst würdest du dieses Video nicht anschauen. Mein Tipp für dich ist, um aus dieser Überforderung rauszukommen, such dir einen Improvisationslehrer oder einen Improvisationskurs, damit jemand, der den Weg, den du gehen willst, schon gegangen ist, dir besser zeigen kann, ah, wenn du da hin willst, dann musst du Schritt 1, 2 und 3 gehen. Das macht die Sache so viel einfacher. Es ist einfach hilfreich, wenn du weißt, was du konkret üben kannst, denn nur wenn wir konkret improvisieren, üben, können wir auch besser werden. Bei mir gibt es gerade ganz aktuell die Möglichkeit für sieben Tage kostenlos in mein Videoprogramm Kreativ Klarinette lernen, reinzuschnuppern. Eine Schnupperwoche, in der es vor allem ums Improvisieren geht. Das Ganze verlinke ich für dich in der Infobox. Du kannst dich dort gerne kostenlos anmelden. Du hast auch die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen, falls du persönlich Feedback möchtest. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Das wäre wundervoll.